So, und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo bezüglich des Servers. Deswegen hier eine kleine Spoilerwarnung, wir gehen jetzt auch gleich drauf. So, ich hab die Module fertig. Hallo, erstmal, hallo. Ja, ich hab die Module fertig, ist da. Ich weiß nicht, ob sie so gefallen. Das System arbeitet langsam auf jeden Fall. Ganz gut, finde ich. Und das Glas hier, weiß ich noch nicht, das werden vermutlich dann Barrierenblöcke. Das nur, damit man hier nicht an die Knöpfe dran kommt, wenn man das nicht sollte. Ja, wir sind hier automatisch im Nicht-Modus. Hier können wir jetzt, also sobald wir hier da drauf sind, können wir bauen. Wir können theoretisch auch hier dann abbauen, aber, naja, das muss jeder selbst wissen, deswegen hier Barriere. Wir haben jetzt insgesamt sieben Module, die entsprechend dann auch nur gespeichert werden können. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Bauplatz 1 das Gras-Modul geladen. Und können auch nur dieses Modul speichern. Das heißt, wir können die anderen nicht überschreiben. Ich möchte gerne, dass die einzelnen Module halt genutzt werden. Das, denke ich, ist mal eine ganz gute Lösung. Man kann natürlich, wenn man möchte, alles umbauen, wie man will. Aber, sollte man halt nicht aus Versehen, was Falsches überschreibt. Ja, wir haben das jetzt Gras-Modul. Ich habe außen die Barriere nochmal ein bisschen geändert. Mal gucken, ob ich da drunter, da unten drauf komme. Ich gucke mal. Ach, ja. Ja, das ist jetzt außen komplett mit Materialien. Nur die unterste Schicht ist noch Bedrock, dass man die nicht editieren kann. Das möchte ich halt so. So. Jetzt können wir nicht so weit fallen, das machen wir automatisch hier vorne. Ja. Also wie gesagt, einmal das Gras-Modul. Auch mal kurz. Ähm, so. Mal kurz was essen. Natürlich wird man hinterher nicht groß essen müssen, aber das Ganze soll natürlich im Easy-Modus laufen. So. Das heißt, das Gras-Modul, im Wüsten-Modul hat sich auch ein bisschen was getan. Das ist jetzt hier alles komplett Sand und hier außen komplett Sandstein. Ich finde, das sieht einfach hübscher aus. Ähm, diesmal sage ich auch nicht Wasser. Dann haben wir ein Eis- und Schneemodul. Was auch ringsrum komplett Packed Ice ist. Innen drin natürlich Schneeblöcke. Wie gesagt, hier der Button springt immer zum entsprechenden. Ähm, dann haben wir ein Wassermodul. Auf Wunsch von Rumblebeast. Ähm, hier bin ich noch unschlüssig, ob ich das so lasse, aber ich denke mal schon. Wir haben hier halt wirklich so eine kleine Wasseroberfläche, dass wir irgendwie auch eine kleine Insel bauen können oder was wir auch immer wollen. Wir können nicht so tief unter Wasser. Ich weiß nicht, ob Rumblebeast sich das so vorgestellt hat. Kann ja gerne nochmal was da lassen, ob das so geht oder nicht. Ähm, dann haben wir ein Neta-Modul. Falls man, ja, Neta-technisch was bauen möchte, empfiehlt sich das dann. Mit Neta-Bricks und Netherrack. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Ähm, dann, das dauert jetzt ein bisschen länger zum Laden. Wird vermutlich auch so zwischendurch öfters länger dauern. Ähm, ja, ein Höhlenmodul. Wir sehen hier einfach gar nichts. Ich mach für das Video einfach mal die Brightness hoch. Und dann sehen wir hier ist einfach nichts bis auf Höhle. Also falls man irgendwie in einer Untertagewelt oder sonst irgendwas machen möchte. Muss man nicht erst einen Rahmen rumziehen. Dann hat man hier was. Fast ganz gut. Äh, Brightness gleich war runter, sonst vergesse ich später. So, und dann haben wir noch die Sky-Ebene. Die besteht eigentlich nur aus einer Brücke und, keine Sorge, Barrierenblöcke. Allerdings muss man da natürlich aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Das hier wird alles noch hübscher, keine Sorge. Ich denke mal, ich entf... Na, die muss ich leider so lassen. Ähm, ja. Hier kommen wir auf jeden Fall... So, ja, keine Ahnung. Also, ich wollte halt was haben, wo man nicht unbedingt was bauen muss. Man kann auch die ganze Treppe hier wegreißen, wenn man möchte. Um nur zu sehen, dass man da auch hinkommt. So kann man ja immer noch so verschwinden. Tschüss. So, auf jeden Fall haben wir jetzt diese sieben Module. Ich hoffe, diese sieben Module sind okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Ja. Ich hoffe, jetzt wäre es peinlich gewesen, wenn ich weniger gehabt hätte. Ja. Auf jeden Fall. So weit, so gut. Ähm, den Shop werde ich dann als nächstes machen. Beziehungsweise hier noch ein paar Schutzvorrichtungen. Ähm, nach unten wird immer durch diese... Ah, entschuldigt. Stimme. Äh, nach unten wird immer mit Bedrock, beziehungsweise bei dem Sky, halt mit diesen Modulen gebaut. Man kann, wenn man ein bisschen fudelt, kann man theoretisch auch hier was ranbauen. Das bringt einem aber gar nichts, weil das nicht gespeichert wird. Man kann auch bis zu einer bestimmten Länge in die Richtungen bauen, bis man dann zurückgeportet wird. Auf jeden Fall von hier aus wird gezählt, das Bauwerk, also immer die unterste Ebene. Und wenn wir oben ankommen... Moment, ich muss husten. Ähm. Äh, wenn wir oben ankommen, wird automatisch der Block, den wir da setzen, wird abgebaut. Also wir sehen, okay, wir sind am Ende des Moduls. Ich hoffe, das ist alles so ganz übersichtlich. Und ich denke, nicht zu kompliziert. Natürlich muss ich noch ein, zwei Schutzvorrichtungen und das Ganze hier ein bisschen hübscher gestalten. Aber ansonsten war es das, was ich gemacht habe, erst einmal. Ähm. Was ich machen möchte, ist, wenn man dieses Gebiet verlässt... Deswegen ihr ja... Ihr seht bestimmt rechts den Ticktimer, der hat euch bestimmt schon verwirrt. Ähm. Den werdet ihr später nicht sehen, aber das ist halt... Ich teste halt, wie das läuft. Ähm. Es wird man dieses Gebiet verlässt, dass das Inventar gelöscht wird. Das heißt, ich habe komplette Kontrolle über das Inventar. Das heißt, ihr müsst euch einfach Kisten hinstellen und da einmal alles reinpacken. Das wird ja nicht so schlimm sein, denke ich. Ich glaube, ich packe dann hier auch irgendwie noch so ein kleines Lager hin oder sowas. Mal gucken. Ähm. Ja. Das auf jeden Fall. Das heißt, ihr geht dann hier durch, habt irgendwie so eine kurze Wartezeit und werdet dann geportet. So ist das Inventar gelöscht. Und ich habe komplette Freiheit für andere Spielmodi und sowas. Das heißt, ich kann euch Items geben und und und. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig. Also wenn ihr euch denkt, das wird aber ziemlich nervig, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Dann überlege ich mir da nochmal was. Aber ansonsten, ja, ich denke mal, das ist echt die beste Lösung. Ja, das war's dann auch schon. Wir haben Brot auf dem Rücken. Ja. Ähm. Custom NPCs geht immer noch nicht für den Server. Deswegen ist hier alles verpackt, weil das auf dem Client ist und nicht auf dem Server. Das ist echt schlimm. Äh, ja. Auf jeden Fall, das war's. Ihr seht, ich arbeite fleißig daran. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Wenn ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten bleibt immer schon Bambus. Euer Paragon. Und tschüss. 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 Tschüss.